Die Silverfast Archive Suite, bestehend aus Silverfast AI Studio 8 und Silverfast HDR Studio 8, ermöglicht Ihnen einen klar strukturierten Arbeitsablauf beim Aufbau eines digitalen Archivs und bei der anschließenden Bildbearbeitung. Im ersten Schritt wird mit einem hochwertigen Scanner das analoge Ausgangsmaterial digitalisiert. Silverfast 8 findet die Scanrahmen für die Dias- oder Filmstreifen auf dem Vorlagenglas automatisch. Die Vorlagen werden danach im Stapel-Scan zu HDR- oder HDRI-Dateien digitalisiert. In diesem Dateiformat werden, vergleichbar mit RAW-Daten einer Digitalkamera, ohne Verlust behaftete Zwischenschritte die rohen Bilddaten gespeichert, die der Scanner liefert. Zusätzlich kann Silverfast 8 die Bildqualität durch Multi-Exposure und das Scannen des Infrarotkanals verbessern. Im zweiten Schritt bewerten und sortieren Sie die digitalen RAW-Daten auf dem virtuellen Leuchttisch VLT von Silverfast HDR Studio 8. Vom VLT aus übergeben Sie die ausgewählten Bilder an den Jobmanager. An jedem Bild können nun individuell Optimierungen vorgenommen werden. Zuletzt werden in der Stapelverarbeitung, die aus dem Jobmanager heraus gestartet wird, sämtliche eingestellten Optimierungen auf die Bilder angewendet und die resultierenden Dateien auf Festplatte geschrieben. Wenn Sie den ersten Arbeitsschritt, das Scannen, abgeschlossen haben, öffnen Sie den VLT in Silverfast HDR 8. Der virtuelle Leuchttisch stellt die Vorschauen mehrerer Bilder eines Ordners gleichzeitig dar, was die Bildauswahl bedeutend vereinfacht. Der VLT beherrscht verschiedene Darstellungsmodi. Die fensterfüllende Vorschau eines einzelnen Bildes, eine geteilte Ansicht bestehend aus Ordnerübersicht und Vorschau des ausgewählten Bildes und als drittes die Übersicht über alle Bilder in einem Ordner. Damit lassen sich die gelungenen Aufnahmen einer Fotosession oder auch die besten Kandidaten aus Serienaufnahmen einfach identifizieren und zur Bearbeitung weiterleiten. Eine schnelle Übersicht über die wichtigsten Metadaten bietet Ihnen schließlich die Listendarstellung. Wechseln Sie zur Beurteilung der Schärfe in die geteilte Ansicht des VLT. Dort steht eine Lupe zur Verfügung, die den markierten Bildausschnitt mit einer Vergrößerung von 100% anzeigt, um die Schärfe optimal prüfen zu können. Anschließend können Sie Ihr Urteil über die Qualität der Bilder in Form von 0 bis 5 Sternen direkt im VLT festhalten. Der VLT bietet Ihnen verschiedene Wege an, auf denen Sie zu Ihren Bilddateien auf der Festplatte navigieren können. Um schnell zu allen angeschlossenen Laufwerken zu gelangen, verwenden Sie das Navigations-Widget. Hier können Sie außerdem eine Liste mit Favoriten anlegen, die Sie häufig benötigen. Mit dem Navigationsmenü wechseln Sie in einen übergeordneten Ordner. Der ideale Arbeitsablauf zur Stapelverarbeitung mehrerer Bilder verwendet als zentrales Werkzeug den Jobmanager. Sie können Bilder einzeln oder zu mehreren auf das Symbol des Jobmanagers oder auf seine geöffnete Werkzeugpalette ziehen. Über den Jobmanager passen Sie die Einstellung für einzelne Bilder oder für mehrere Bilder gleichzeitig an und starten anschließend die Stapelverarbeitung. Wir machen ein Verständnis.